... was wir hier aufnehmen und dann hören wir jetzt von Dr. Umbruchs Tanzpalast. Das zweite Lied, was ist das? Er wollte von der Kunst leben, passend zum Motto. Wir stehen übrigens nur in halber Montur hier, was ich noch anmerkt. Achso, ja. Ja, ja, weil das klang ja so, als würden wir immer so klingen, aber wir haben ja nur die Hälfte an Instrumenten dabei. Achso. Normalerweise ist der VW-Bus komplett voll, diesmal war er nur ein Drittel voll. Und wenn uns dann Leute, die uns schon mal auf der Straße getroffen haben, uns zum zweiten Mal sehen und wir den Synthesizer mit anschleppen, dann sind die erst ganz enttäuscht und hinterher auch immer noch sehr angenehm. Auf einer anderen Ebene zumindest. Und dann wird das nächste Lied indirekt auch. Wenn man so will. Hau rein! Wer hat ihn gesehen, wo es der geblieben war? Bis mit dem geschehen, er wollte von der Kunst leben. Wir bräuchten dafür unsere Konferenz, ein künstlerisches Element. Wenn das ein Feuerwerk abrennt und so noch keiner kennt. Ein Budget haben wir leider nicht, aber das ist doch Wärmung für dich. Verkauf doch Merchandise, kauf dir davor kein Eis. Alle seine Hobbys, vor dem seine Jobs. Und alle seine Freunde, zu Kollegen. Und die Agenda war jeden Tag vollgestopft mit Tops. Auf die Frage hast du Zeit, musste er sie lang überlegen. Er war sein eigener Arbeitgeber und sein eigener Arbeitnehmer. Schulden waren oft ein Thema, er hoffen so sehr auf die Gäme. Wer hat ihn gesehen, wo es der geblieben war? Was ist mit dem geschehen, er wollte von der Kunst leben. Wer hat ihn gesehen, wo es der geblieben war? Was ist mit dem geschehen, er wollte von der Kunst leben. Was ist mit dem geschehen, er wollte von der Kunst leben. Was ist mit dem geschehen, er wollte von der Kunst leben. Wenn ich mich so applaudieren, damit das ein bisschen ... Bravo! Bravo! Mach ja die Kamera aus. Jetzt kannst du die Kamera aus. Jetzt kannst du die Kamera ausmachen. Ja genau. Das war's.